Hallo, herzlich willkommen, mein fabelhafter Fisch. Schön, dass du hier mit mir, ich bin die Liu, wieder mit dabei bist. Wir schauen heute schon für den Dezember. An dieser Stelle wünsche ich dir jetzt schon eine wunderschöne Adventszeit und ein gelungenes, glückliches Fest. Schau mal, ein richtiger Herzensmensch, der Herzensmensch, der zeigt sich hier schon mit unter dem Deck. Oh, ein Glücksereignis, ein wunderschöner Moment mit einem dir sehr wichtigen Herzensmenschen, der sich hier schon für den Dezember für dich aufzeigt. Wir schauen heute natürlich mit den Skatkarten wieder, so ein bisschen geteilt über den Monat, was sich so aufzeigt und natürlich hier mit dem Kaffeesatz, was ich dir hier für Impulse geben darf. Du bedenkst, wir sind hier im Sternzeichen-Kollektiv, Aszident, Mond, Venus, je nachdem, wo du hier mit dabei bist. Es ist Kollektiv, es ist keine persönliche Legung, Lesung, wie auch immer. Du nimmst bitte nur Lehnliches hier an. Und jetzt legen wir auch schon los. Was darf ich hier sagen? Um was geht es denn hier? Was darf hier gehört werden? Mein fabelhaftes Fische-Kollektiv und der Dezember in fließender Zeit. Okay, schauen wir mal. Uh, Liebes, Harmonie, Wohlfühlzeit, umbettet von einem angenehmen Umfeld, auch beruflicher Natur. Ein Erfolgsereignis in der Arbeit, auf der Arbeit, was Finanzen anbelangt. Für den einen oder anderen kommt hier auch eine Anerkennung, ein Vertrag tatsächlich vielleicht auch als Angebot hier rüber. Oder sprich weg, in der ersten Hälfte des Monats kündigt sich hier tatsächlich auch schon ein Geschenk an. Also diese Karten, ein Geschenk, was man dir macht, indem man dir mitteilt, wie wichtig und wertvoll du bist. Oder ein tatsächliches Geschenk. Geprägt bist du hier schon so ein bisschen von einer Schwere. Der eine oder andere ist hier auch in einem Rückzug, in einer Distanz drin. Zumindest so gehst du in den Monat hier ran. Das prägt so ein bisschen den Monat auch. Aber nichtsdestotrotz sind das hier wunderschöne Energien. Ab der Monatsmitte, ab dem 15. bis zum 20. wird hier irgendwie ein Misstrauen aufgebaut. Oder es ist irgendwie von jemandem eine berüchtigte Eifersucht da. Also solche Tage zeigen sich hier auf. Ein Fehlschlag kann hier auch passieren, dass man etwas nicht so, nachdem sich hier wunderbar bis zum 15. eine wunderbare Entwicklung der Harmonie, des Wohlfühlen, des Erreichens, in einer Verbundenheit auch eine absolute Harmonie aufzeigt, zeigt sich hier trotzdem der kleine Kleckser zwischen 15. und 20. auf, dass hier etwas, eine Patzsituation vielleicht auch entstehen kann. Vielleicht ist es auch in einem Vertrag, in einem Dokumentenstück etwas, wo falsch geschrieben worden ist oder etwas, worum man sich dann tatsächlich kümmern muss. Ein Brief, irgendetwas kommt nach Hause und man muss sich dessen annehmen und es doch noch erledigen, doch noch auf das Amt gehen, doch noch zu dem Arbeitgeber gehen, in der Nachbarschaft etwas klären. Das zeigt sich hier tatsächlich auf. Aber ansonsten sehe ich hier einen Geldfluss, etwas Erfolgreiches, es kommt dann ab dem 20. bis zum 25. also ein Höhepunkt des Monats zeigt sich dann auf und zum Schluss sehe ich, dass du nicht so ganz überzeugt bist oder so ein bisschen noch unsicher in etwas bist. Du bist dir irgendwie, es kommt ab dem 20. ein Höhepunkt, aber du bist dir ein bisschen unsicher, was diesen Höhepunkt, sei es in etwas erreichen oder zwischenmenschlich in etwas miteinander auch erleben, da verspüre ich tatsächlich auch eine Unsicherheit bei dir, mein lieber Fisch. Okay, jetzt schauen wir, was sich denn hier noch mit aufzeigt. Es läuft etwas, etwas wird so gerade nach vorne gehen. Das muss ich hier tatsächlich sagen. Eine Herzerfüllung, eine Herzbereicherung, ein Herz-Happiness-Moment ist hier tatsächlich in der Unsicherheit. Du schwenkst. Egal, ob das jetzt, weil ich hier auch die Schlange habe, dein Körper wurde finden, deine Gesundheit, deine Stabilität oder etwas Zwischenmenschliches hier ist, kann bei ganz vielen mit Familienangehörigen auch zusammenhängen. Du schwenkst da in etwas drin. Eine leichte Schwenkung, die zeigt sich aber hier mir ja eigentlich schon sehr präsent zu Anfang des Monats. Wobei die Zeit ist natürlich fließend. Bei den einen wird es tatsächlich am Anfang sein, bei den anderen am Ende. Und bei den nächsten ist es tatsächlich zweimal im Monat, dass man in etwas umschwenkt und sich unsicher hier wird. Ein S ist hier von großer Bedeutung. Nachrichten, ein Dokument, ein Schriftstück kommt hier zu dir. Eine Information, vielleicht auch gesprochen. Irgendetwas wirst du hier im Dezember erfahren. Vielleicht wartest du auch schon auf irgendein Ergebnis, auf irgendein Dokument, eine Information. Ein Paket kann hier auch verspätet ankommen und beim falschen Nachbarn, im falschen Haus landen. Das sehe ich hier. Man wartet hier. Es sieht für mich danach aus, ein Paket, ein Schriftstück, irgendetwas, was überbracht werden sollte. Vielleicht bist du auch, willst du jemanden besuchen und du bist am falschen Haus, an der falschen Adresse. Das kann hier auch natürlich sein. Aber hier zeigt sich tatsächlich sowas auf. Ein Paket, ein Schriftstück, kommt versehentlich falsch an. Vielleicht erhältst du auch von irgendjemand, hast du etwas im Briefkast oder dir wird ein Paket hingestellt, was eigentlich gar nicht dir gehört. Also das zeigt sich hier auch nochmal als Alltagssituation. Wobei das uns ja auch hier immer, ja, man sollte ja immer daran denken, was hinter dieser Botschaft auch steht. Es ist ja nicht für jeden dieses falsche Paket, sondern man bekommt hier etwas in den falschen Hals rein. Etwas wird vielleicht an eine falsche Person übermittelt, überbracht. Eine falsche Person, also nicht falsch als falsche Person, sondern du bekommst vielleicht irgendwelche Informationen, die du gar nicht haben solltest, weil die nicht für dich bedacht waren. Vielleicht auch tatsächlich wirklich ein Ergebnis, eine Beurteilung, eine Diagnose, irgendetwas, wo etwas vertauscht ist. Also ich verspüre hier ganz arg vertauschen, falsch ankommen, zu spät kommen. Ein Paket kommt bei dir zu spät an. Eine Information kommt bei dir zu spät an. Du hast jetzt anders geplant. Und das macht sich hier ganz arg bemerkbar für den Dezember. Ein D zeigt sich hier auch noch aus. Und was ich hier auch tatsächlich noch sagen muss, es ist Dezember, aber irgendjemand hat hier, also ich sehe hier an der Wurzel eines Zahns, das sieht mir nach einem Backenzahn eher aus, kann aber auch ein anderer Zahn sein. Da ist etwas an der Wurzel, wo behoben werden muss. Also wenn solche Sachen kommen, ist es tatsächlich immer, es ist hier irgendjemand im Kollektiv, der sollte echtzeitig zum Zahnarzt gehen, weil sonst kann es sich schlimmer entwickeln. Aber es muss hier etwas an einer Wurzel behoben werden. Sagt uns hier aber auch tatsächlich, unabhängig von diesem furchtbaren Zahnarztbesuch, und das auch noch im Dezember, dass hier etwas an der Wurzel gepackt werden muss. Man muss etwas aus der Tiefe nach vorne hochholen. Und es ist hier aber noch dunkel. Man weiß es nicht. Ja, das darf ich hier auch jemand sagen. Also etwas steckt in der Tiefe und ein Schatz muss erst noch geborgen werden. Das ist hier eine kollektive Aussage, die sich aufzeigt. Vielleicht mit einem D, vielleicht eine Straße D, ein Ort D, irgendetwas mit einem D hat es hier zu tun. Du wirst Momente im Dezember haben, wo du dich ein bisschen ausgelaugt und down fühlst, aber du bist in der Stabilität und du bist auf dem Weg nach vorne. Und das darf ich hier auch noch sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Du wirst hier elf verschiedene Ereignisse, Wege, Erledigungen, elf Richtungen, elf Personen haben im Dezember, um die es jetzt geht, auf die es jetzt drauf ankommt, wobei ich verspüre hier ganz arg elf wichtige Wege vor dir. Vielleicht gehst du auch elfmal auf eine Maßnahme oder du hast elf Maßnahmen, wobei elf ist eigentlich nicht die Zahl dafür. Meistens kriegt man doch zehn, aber okay, elf. Es ist hier eine Elf von sehr großer Bedeutung. Elf Wege, elf Erledigungen, elfmal an etwas, bis es hier hell und in den Fluss hier reinkommt. Also elfmal. Vielleicht auch tatsächlich irgendeine Arbeit, irgendetwas, was du verrichtest, wo nur elfmal stattfindet. Etwas findet elfmal oder vielleicht auch zum elften Mal, vielleicht ist der elfte Weg bei dir, statt. Oder es sind elf unterschiedliche Angelegenheiten, die du jetzt zu erledigen hast. Eine Waage zeigt sich hier noch auf. Die ist ein bisschen dunkel. Mir sagt es hier auch tatsächlich bei der Waage, es muss nicht etwas jetzt mit der Waage zu tun haben, aber es kann hier sein, dass du hier anfängst, ein bisschen aus deiner inneren Balance zu gleiten. Und es gibt hier eine Person, die wird dich hier an der Hand nehmen und dir eine Balance wieder geben. Alltagssituation, es nimmt dich hier wirklich jemand an der Hand, von der Statur her kann es auch tatsächlich Enkel oder Kind sein, eine kleinere Person. Vielleicht bist du auch die kleinere Person und jemals ist groß. Man nimmt hier jemand an der Hand, um etwas wieder stabil zu machen, um ein klärendes Gespräch zu führen. Oder auch wirklich, um in diese Stabilität, in diese Festigkeit hier reinzukommen. ein leidenschaftlicher Neubeginn, in etwas, wo schon aufgehört worden ist, findet hier wieder statt. Stier zeigt sich hier auch noch sehr präsent auf. Und man wird hier in einer Angelegenheit Nägel mit Köpfen machen. Die allermeisten zwischenmenschlich. Man wird hier zwischenmenschlich Nägel mit Köpfen in einer Angelegenheit machen. Etwas tatsächlich zu einer Klärung bringen können. Auch wenn diese Klärung hier, ja, also ich habe hier echt das Gefühl, sorry, dass ich das sagen muss, aber es wird diese Nägel mit Köpfen werden gemacht, es ist dann eine Zeit lang gut und dann fängt wieder das gleiche Spielchen hier an. Das darf hier irgendjemand wirklich so hören. Ein Ring wird geöffnet. Er wurde geöffnet, damit es hell ist. Das ist tatsächlich bei denjenigen, die in einer Scheidung stecken, wird diese jetzt vollendet, damit man wieder frei ist. Also nur, wenn du das tatsächlich so möchtest. Ein Vertrag wird aufgelöst. Eine Wohnung wird aufgelöst. Ein Vertrag, ein Ring wird geöffnet. Von schwerem Ballast löst man sich hier. Das ist hier bei jedem ein bisschen was anderes. Aber diese Ringöffnung, freiwillige Öffnung und dann wird es ganz, ganz hell, ja. Man löst sich hier von etwas, was einem nicht mehr gut tut. Egal, ob das die Ehe, die Kollegen sind, das immer irgendwo hingehen ist. Dieser Vertrag einer Versicherung wird gekündigt. Das ist hier auch wirklich ein unnötiger Vertrag, wird hier gekündigt, ja. Also auf jedem, auf jeder Ebene kann das hier so sein, dass du dich tatsächlich von etwas jetzt löst. Und dann wird es hell. Entschuldigung. Jetzt schauen wir noch, was uns der Unterteller hier sagen möchte. Vielleicht darf ich dir ja eine Antwort geben. An der Stabilität in etwas muss hier noch gearbeitet werden. Die Krone ist sehr schön, aber der Stamm sehr dünn. Und wenn dir etwas durch den Kopf gegangen ist, das ist tatsächlich im bejahendem Jahr hier drin. Die Entwicklung kommt und geschieht. An dieser Stelle wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und wenn du magst, dann bis zum nächsten Mal.